Graf Hardenberg ist eine der erfolgreichsten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Mit über 1300 Beschäftigten an 15 Standorten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vertreten wir die sieben starken Marken Volkswagen, Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda, Seat, Porsche und Ford. Bei uns finden Sie den zu Ihnen passenden Neu- und Gebrauchtwagen sowie ein umfangreiches Serviceangebot in modernsten Werkstätten und ein Karosserie- und Lackierzentrum der neuesten Generation. Unsere hauseigene Autovermietung Euromobil sorgt zudem für Ihr individuelles Fahrvergnügen. Mit unserer Leidenschaft und Kompetenz, der Nähe zu unseren Kunden und der Kraft unserer Größe begeistern wir rund um Auto und Mobilität.